ARD Text im Auftrag von Funk Die OS, wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert derzeit die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watch Dogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Das werden wir nicht vergessen. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann T-Bone das ganze System reboot. Das hält Damien auf. Ich finde ihn. Ihre Erhöhung. Tschüss. Warum bist du so verdammt stur? Du, Quinn ist tot. Du hast Nicky zurück und Clara... Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe für den Clan, weil ich dich traf und nicht auffiel, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Ich werde mich verwerden. Ich bin echt glücklich wie der Kamerl. Ich werde mich gerne nehmen. Ich denke, ich werde dich erinnern. Ich habe mich nicht zu Spannung gemacht. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut, denn ich bin ja so gut. Ich habe dich am hoping. Ich bin ja so gut vertreten. Ich habe dich in die Möglichkeiten. Da ist der Leuchtturm. Der einzige Ort mit Strom. Das ist Damien. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Elan. Aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Jetzt verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Komm schon. Waschung. Gibt das eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey! Fick dich! Sieh dich an! Du gehst lieber Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Blablabla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Oh, ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich. Das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt hier was lernen, Freunde. Oh, 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 oh. Handy auch. Gib her. Na komm, gib her. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück. Bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen. Und wenn nötig, zu bestrafen. Ich bin ein anderer. Ich bin ein anderer. Noch einmal. Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord? Oder wurde er exekutiert? Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hoch erfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0 Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0 Macht smarte Städte noch smarter. Und gleich ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce zu kennen. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch. Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Pflüche dieses Manns erforschen. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendez, danke schön. Der Zack hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unsere Rufen von Schwächlingen sind stark geschalt. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Aus dem Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Es begann mit einer Beweisspur und der Verhaftung von Joseph DiMarco. Doch die Polizei von Chicago versichert, dass ihre Untersuchung in diesem Bereich lange nicht abgeschlossen ist. Nachdem DiMarco sich in allen Anklagepunkten für schuldig erklärt hat, sind nun Beweise aufgetaucht, die den Gouverneur von Illinois mit dem Menschenhändlerring in Verbindung bringen. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, ja? Ja, genau. So läuft das Business. Jordi könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss. Meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind. Aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet? Wer verdient den Tod? Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? Das ist ein Bis zum Beispiel. Ich würde, wie viele Menschen haben. Ich würde gerne, wenn mir das... Das ist die Frage deter. Ich würde gerne, wenn ich mir das... Wolle war.